Gute Jo Leute, was geht ab zu einem neuen Video? Ja Leute, ich habe zwei Kanäle. Ein Kanal, sorry wegen den Geräuschen gerade. Ein Kanal, weil die Geräusche kommen, weil mein Headset kaputt ist. Auf jeden Fall, ich habe ein Kanal, der heißt Fail Gamer 8, 9, also 9, 80. Da bin ich mit meinem Freund Bo drauf und dann zocken wir Minecraft und so, machen Vlogs. Und da habe ich hier noch einen Gamer-Kanal, auf den zock ich ja gerade. Ja, dann viel Spaß beim Video. Aber wie gesagt, es lädt einfach zu lange. Ich verstehe das nicht. Leute, es tut mir leid, eigentlich müsste ich dieses Video nicht hochladen, weil es zu lange lädt. Aber ich lade es hoch. Leute, wenn das zu langweilig ist, wenn das so lange geht, schnappt euer Handy und zockt so lange, bis es fertig geladen ist. Ich lade jetzt auch mein Tablet. Bis es eigentlich geladen ist. Leute, schreibt mal in die Kommentaren, ob ihr von mir sehen wollt, irgendwie, dass ich, was soll ich sagen, mehr Vlogs machen soll oder mehr Gaming-Video oder allgemein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, einer hat in meinen Kommentaren geschrieben, dass ich gar nichts machen soll. Und heute war Amoklauf in unserer Schule, deswegen können wir nicht dahin. Und die ganze Polizei und alles waren auch da. Vielleicht hört ihr die Geräusche, was ich gerade mache. Und ich habe über eine Million Karten von Panini und sonst was. Also, wenn ihr haben wollt, kommt zu mir. Ich bin am Jugendzentrum in Giesthacht. Da ist mein Haus in Weiß. Wenn ihr mich live sehen wollt. Und das ist unser Tempo, ne? Und das ist unser Tempo, ne? Und das ist unser Tempo, ne? Leute, jetzt tut mir einfach leid. Wieso lebt das nicht? Wieso lebt das nicht? Wieso lebt das nicht? Ich will so gerne, dass ihr mal wieder von mir schon den Mund seht, aber es lebt nicht. Ich könnte auslassen. Ich bin schwarz. Nicht jetzt. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Wann lädt das, ey? Sorry, Leute, es tut mir so leid. Schnappt euch einfach eure Handy, Tablets und sowas. Mamas Handy. Oder wie ich gerade mag. Ja, es lädt, Leute. Leute, es hat geladen, eigentlich. Mein Traum ist wahr geworden, es hat geladen. Geil, mein Traum, mein schönes Traum. Ja, heute fangen wir an mit Episode 2. Das Video wird nicht zu langer gehen. Oh, viel zu laut, Leute. Oh, das ist hier viel zu laut. Ja. Letztensens habe ich ja Episode 1 gemacht, jetzt kommt 2. Ja, Leute, es ist schon mal leid, wenn man Headset irgendwie rauscht oder so. Das ist, weil es ein bisschen kaputt ist. Ich guck mir dann das Video nochmal an und guck, ob es gerauscht hat. Wenn es gerauscht hat, ich glaub, ich werde es dann löschen. Ich weiß es nicht. Dann muss ich halt ein neues Video machen mit einem anderen Headset. So, hink ich denn nochmal? Zu Elegard, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, ich gehe zu Elegard. Aber wo ist denn die? Die ist ja vorhin in einer Insel. Was hat die Elegard gemacht? Die surft ja geil. Oh, wie Entschuldigung. Du kannst gar nicht surfen. Blöd, dass du vielleicht, wenn es so laut ist, falls ich wirklich mal noch lese. Ich kann mich sehr nicht so rinnen wie ihr. Oh, wie ist denn das? Oh, shit. Aaaah! Au, au, au! Au, au, au! Aaaaaah, ich muss irgendwie hier! Great! More gas. The minecarts. Doe was something about the gas. Ok, think fast, Jessie. What to choose? Was ist das für ein Scherz? Ein Scherz? Ein Scherz? Was ist das? Okay, dann Leute. Hey, was hat das jetzt gemacht? Ich hab's gleich gesehen. Oh, mein Schwänchen. Vielleicht auch nicht. Redstonia? Redstonia oder so? Der ist Eligard. Geil. Du, ich bin ein bisschen zu Eligard. Du, ich bin ein bisschen zu viel Eligard. Geil. Ja, Leute. Oh, nicht schon wieder das. Ich hasse das. Das sind immer solche Kunde, die das gemacht haben, das Level und so. So ist ein Scheiß. Woher kommt das überhaupt? Ja. Scheiße, Mann. Scheiße. Makama, direkt Sakai. Sakai, ist so geil. Oh, das ist ein Geil Song. Oh, das ist ein Geil Song. Ich mache ganz was so lauter, es tut mir so leid, schreibt in den Kommentaren, ob es zu laut ist. Oh mein Gott, was macht er jetzt? Oh shit. Oh shit. Ja, bring uns wirklich zu ihr, ich muss die Fragen nach Ende. Und Max, wenn du dieses Video guckst, und das geht auch für alle anderen, bitte gut bewerten. Dankeschön. Oh mein, das ist interessant. Ja, das ist sehr interessant. Okay, das ist auch gleich zu innen, dieses kleine Mini-Story-Mode-Video guckst. Okay, das ist auch gleich zu innen, dieses kleine Mini-Story-Mode-Video guckst. Ich glaube ich. Warte läuft. Noch zwei Minuten ungefähr, wenn ich das Video mache. Ich kann einfach nicht anders. bei meinem PS4 ist höchste als 15 Minuten. Und ich kann gerade nicht gucken, wie viele Minuten vorbei sind. Und ich habe Angst, dass er dann richtig viel wegschneidet. Und dann werde ich morgen oder vielleicht auch heute Abend oder so, ne morgen vielleicht nicht mehr, vielleicht heute Abend oder Mittwoch, auch ein Story-Mode-Video machen. Also genau von dieser Episode, nur der andere Teil. Oh Groovy, du hast auch geilen Tanz, Alter. Das muss ich sehen, Alter. Hey, how's it going? How you doing? Here to see the next great revolution in Entertainment. It is pretty amazing. Definitely the sort of creation, that allogard-future-profits have made. Okay, das war schon mit diesem kleine Video. Er tanzt der Abschieds-Tanz. Oh yeah. Und Lea 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 Vielen Dank.